Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn die Barbara Box ist bei mir eingetroffen. Yay! Also wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen zu erfahren, was sich im Dezember hier drin verbirgt tatsächlich, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Barbara Box wird mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an das komplette Barbara Box Team und ja, frohe Weihnachten schon mal. Ja, deswegen darf ich auch eine Box an einen von euch verlosen und alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox, schau da gerne einfach mal vorbei. Die Barbara Box erscheint alle zwei Monate, ist dieses Mal in so einem wunderschönen goldenen Design. Also so richtig Gold und Weiß, Glitzer, Gedönsen, Perlmutt, weiß ich nicht. Richtig wundervoll und ja, die Barbara Box ist ja durch die Zeitschrift Barbara, also das Magazin inspiriert, was ja von Barbara Schöneberger geführt wird. Und hier drin haben wir hochwertige Pflegeprodukte, aber auch große Produkte aus der Druckerie, deswegen ist die Box gerade auch ein bisschen schwer. Lifestyle-Produkte, Food-Produkte und alles, was das Herz begehrt, würde ich jetzt mal so sagen. Zielgruppe der Box ist ungefähr die Frau um 40, grob. Also wir haben hier halt auch Anti-Aging-Produkte und sowas mit drin, ne? Das finde ich immer wichtig zu erwähnen, so grob, ne? So, wir haben neben der Box auch noch ein bisschen was im Karton gehabt und zwar sind hier so Gutscheine drin und noch mehr Gutscheine von Valmano, Valeria, Thomas Sabo, Klus, Michael Kors und Tommy Hilfiger. Achso, auf valmano.de. Mhm, okay. Dann haben wir natürlich noch die Zeitschrift Barbara hier mit drin. Schau. Ähm, die Nummer 51, Dezember 2020, 4,50 Euro kostet die normalerweise alles Fake. Schauen wir doch mal hinter perfekte Fassaden, ehrliche Geschichten über Lug und Trug und kleine Flunkereien. Ja, da haben wir sie, die Barbara Schöneberger. Ich glaube, jedes Mal ist sie das Covergirl, oder? Ähm, ja, genau. Ich bin auch ein Fan von mehr, ähm, Realität im Leben. Das mag ich auch. Okay, endlich wieder Lebenslust, jetzt ist Zeit für mein Niedersachsen-Urlaub ganz nah dran. Auch das finde ich sehr interessant und dann sind hier so ein paar, äh, Dingenskirchen-Dinger drin. Und hier ist, äh, das Thierry, Thierry Mugla Alien, oder Mugla Alien. Reise ich jetzt die Zeitschrift auseinander oder kriege ich das hier raus ohne in Haar? Ich weiß, äh, ich wollte das jetzt mal auftragen. Ich habe heute noch kein Parfum drauf. Das ist halt hier so eine kleine Größe davon. Und ich knick das da um, ne? Mist. Wer stellt sich auch immer so bekloppt an, wenn man irgendwelche Probeviecher ausprobiert, hm? Daumen nach oben. Hm, das riecht auf jeden Fall sehr, 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 sehr geil, ne? Ja. Das wäre auch ein Parfum, was ich mir vielleicht irgendwann mal gönne. Ich habe ja eine groß genuge, eine groß genuge Parfümsammlung, so kann man es sagen. Okay, jetzt habe ich hier schon genug rumgeeiert. Äh, ne? 3,50 kostet die. Ne, 4,50 wird auf jeden Fall auch mit in den Werten mit einberechnet, weil es ist ja mit dabei in der Lieferung. Und jetzt entferne ich mal den Deckel. Ich will jetzt endlich das Unboxing starten. Da steht so weit jetzt hier nichts drin. Und altowelig, hier kommt mir jetzt gerade ein Duft entgegen. Und das ist nichts kaputt gegangen, so intensiv, wie das hier rausriecht. Okay, aber ich rieche jetzt gerade auch nur das Parfum, das übertüncht das gerade so ein bisschen, aber irgendwas riecht hier raus. Keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach mal das Seidenschleifchen auf. Ich habe gerade echt ein bisschen Angst, dass was kaputt gegangen ist. Dann mache ich hier den Klebi auf, der das Seidenpapier zusammenhält. Und hier haben wir dann den ersten Blick in die Box und haben hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und die Edition scheint sich Goldstück zu nennen. Das finde ich charmant, ne? Ach ja, ist ja auch alles in Gold, ne? Viel Spaß mit der neuen Box. Diese Barbara-Box im funkelnden Design steht unter dem Motto Goldstück. Machen Sie aus dem Winter eine glanzvolle Zeit und beschenken Sie sich selbst. Als kleines Goodie gibt es dieses Mal ein süßes Barbara-Box-Portemonnaie im festlichen Champagner. Perfekt, um Farbe in die graue Jahreszeit zu bringen. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dieser glanzvollen Box. Viel Spaß beim Entdecken, Ihre Barbara Schöneberge. Jo, ach guck mal. Und du kannst dir auch noch ein gratis E-Paper in der App sichern. Das finde ich auch cool. Das ist die Ausgabe 52, weil die Box ist ja immer für zwei Monate. Kostet immer ungefähr 30 Euro, je nachdem, welche Abo-Form du wählst, ne? Müsste so zwischen 25 und 30 Euro pro Box liegen. Und da wir jetzt ja nur eine Ausgabe hier haben, bekommst du die zweite Ausgabe als E-Paper. Das finde ich cool. Das ist auf jeden Fall nachhaltig, ne? Finde ich ganz nett. Achso, hier sind die ganzen Produkte drin, auch mit Preisen und so weiter. Ich gucke mal, ob hinten noch irgendwas Spektakuläres drinsteht. Nö, ein Gutschein-Code hast du auch noch mit dabei. Auspacken, Leute, auspacken. So, hier habe ich das erste Produkt. My New Hair Volume Volume Spray für mehr Fülle und Griffigkeit mit Reisprotein und Quinoa. Das sind 100ml. Das ist so eine Art Haarspray. Und sowas verwende ich nicht wirklich. Also ich habe halt entweder hier meinen Bommel oder ich habe sie offen oder wie auch immer. Aber ich mache mir da jetzt nicht irgendwelche Styling-Produkte rein. Deswegen wird das weiter wandern. Aber ich weiß, dass da auf jeden Fall im Freundes- und Familienkreis die ein oder andere sehr scharf hinterher sein könnte. Weil Haarspray wird immer gerne genommen. Dann haben wir hier etwas drin. Und hier scheint nichts kaputt gegangen zu sein. Nein, das ist alles noch heilig geblieben. Ein Säckchen. Ein bisschen Stoff-Frashernet Premium Cava. Das ist ein Säckchen mit 11,5%. 200ml sind hier drin. Einfach mal unter uns zwei hübschen. Wenn ich sämtliche Alkoholiker aus den letzten Boxen, die bei mir eingezogen sind, auch wirklich mir so in Weihnachten, also zu Weihnachtszeit und um Silvester herum gönnen würde, könnte ich mir jeden Tag echt einen gönnen. Oh mein Gott. Das ist ganz schön viel Stoff hier. Normalerweise haben wir nicht so viel zu Hause. Aber durch Boxen ist doch einiges eingetrudelt bei uns tatsächlich. Ja, aber vielleicht trinkt mein Freund ja auch mit. Mal gucken. Eigentlich trinken wir nicht wirklich. Aber zum Anstoßen ist so ein kleines Pikulüchen auf jeden Fall eine ganz schöne Geschichte. Ob man das als Sekt Frühstück macht oder ob man das abends so unterm Sternenhimmel genießt, ist jedem selber überlassen. Aber es ist auf jeden Fall passend jetzt zur Box mit Goldstück. Weil das ist Gold und Freshenet war auch damals sonst immer die Marke an Sekt, was ich mir auch immer geholt habe. Also deswegen ist das schon cool. So, was haben wir denn hier? Ich sehe Louis Wittmer. Das ist eine bekannte Marke. Da hatten wir jetzt auch schon das ein oder andere Produkt mal in Boxen mit drin oder in Adventskalendern. Anti-Aging Gesichtscreme. Ich sag's euch. Das ist halt wirklich eine Box eher so für die Frau. Ganz einfach für die Frau. Genau. Sun Protection Face. Sensible Haut habe ich mit Lichtschutzfaktor 30 hoher Schutz. Genau. Hier sind 15 Milliliter enthalten. Da Sonnenschutz fürs Gesicht super wichtig ist, ist das hier auch sehr gut aufgehoben. Ich finde es klasse. Doch. Das werde ich auch verwenden. Also sollte man tatsächlich auch ganzjährig verwenden. Und nicht nur im Sommer. Also ich verwende jetzt auch eine Sonnenschutzcreme. Da habe ich von Dalton eine bei mir im Spiegelschrank stehen. Jeden Morgen mache ich mir die drauf. Über die Tagescreme einfach drüber. Weil die Sonne ist der Faktor, der uns am meisten altern lässt. So. Hier habe ich jetzt ein kleines Kästchen aus Holz drin. Mein Stern steht hier drauf. Und das finde ich süß. Ein Glückskästchen steht hinten drauf. Da steht 8,95 Euro drauf. Was ist denn da drin? Meine Portion Glück vielleicht. Oh. Hier habe ich ein kleines Sternchen drin. Was so aus Porzellan oder sowas ist. Das sieht schon hübsch aus. Das mag ich gerne leiden. So ein kleines Weihnachtsgeschenk, ne? Finde ich süß. Genau. Das ist halt in so einem Seidenpapier. Also ja, Seidenpapier ist das ja im Prinzip. Das ist da so eingewickelt drin. Dass es nicht kaputt geht. Und das schließt hier magnetisch an der Seite. Das ist süß, ne? Weiß nicht, also wofür genau man das braucht im Leben. Aber es ist süß so zum Verschenken einfach. Dass man einen Stern verschenkt. Finde ich süß. Ne? Können die nichts. So. Hier haben wir jetzt eine dekorative Kosmetik. Auch die befindet sich hier natürlich drin. Von Beauty to go Gokosch. Die Textur befindet sich in der Kappe. Einfach mehr mal. Genau. Das ist ein Creme Lidschatten. Beziehungsweise eine Art Mono Lidschatten. Wenn man das so sagen darf. Und zwar in genau diesem Rosé-Ton, den wir hier hinten sehen. Ich werde das nicht swatchen. Ich werde das auch nicht verwenden. Weil ich mag nicht gerne Mono Lidschatten. Ich habe letztens erst von Gokosch ein Augenbrauenprodukt gehabt. Auch so ein Puder, was halt im Deckel drin war. Was ich von der Textur her richtig, richtig gut fand. Aber leider zu dunkel für meine Augenbrauenfarbe. Genau. Das heißt, der musste dann auch leider gehen. Aber sowas finde ich per se echt schön, ne? Ja, aber nee. Ich werde es nicht verwenden. Ne, da muss ich ehrlich sagen. Ich werde es nicht verwenden. Da macht es auch keinen Sinn, wenn ich das jetzt aufmache und swatche und so. Ich sammle ja sowieso für so ein Mono Lidschatten-Paket oder für einen Mono Lidschatten-Adventskalender nächstes Jahr. Mal gucken. Und da wird das auch mit reinwandern, ne? Oder das wird demnächst mal eine Verlosung kommen. Wie mir das so in den Kopf kommt, muss ich mal schauen. Hier haben wir jetzt mal ein richtig großes Produkt. Und zwar von Mixer. Shea Ultra Soft Body Milk. Sofort geschmeidigere Haut. 48 Stunden intensiv genährt für trockene Haut. Und Mixer ist ja auch so eine ganz wundervolle Marke, die sehr hautfreundlich ist. Die, glaube ich, auch parfümstofffrei und so ein Kram alle sind. 250 Milliliter sind hier enthalten. Trockene Haut braucht eine hochkonzentrierte, feuchtigkeitsspendende Pflege, die hochverträglich ist und so die natürliche Schutzbarriere vor Feuchtigkeitsverlust, schuppigen Stellen und Spannungsgefühlen schützt. Und hiermit sollst du dann, das ist eine sofort nähernde Body Milk, die umhüllt die Haut mit ihrer schnell einziehenden und nicht fettenden Textur. Und damit sollst du halt richtig gute Haut auch bekommen. Und ja, ist für mich auf jeden Fall eine gute Kiste, weil ich habe ja sensible und sehr trockene Haut. Und deswegen, cooles Produkt. Auch sehr passend jetzt für den Winter, weil die Winterhaut, in Anführungsstrichen, die man ja immer so nennt, ne? Die ist ja auch immer ein bisschen trockener durch die Heizungsluft und so. Das ist ja alle ein bisschen wilder hier. So. Wow, hier ist noch echt gut was drin, Leute. Das hier ist jetzt das angekündigte Portemonnaie, glaube ich. Genau, so schaut das aus. Ja, kommt mir irgendwie bekannt vor. Hatten wir das nicht in der In-Style-Box auch in Rot drin? Ich weiß es nicht. Genau, also ich bin kein Fan von diesem Portemonnaie. Das war ich auch schon, ja, in der In-Style-Box nicht, weil... Hier steht Augen zu, Karte durch. Das ist so nicht witzig. Aber das ist mir tatsächlich für ein Party-Portemonnaie zu... Ich weiß nicht, mir würden die Sachen zu sehr durch die Gegend fliegen. Ich kann es mir auch nicht in Stiefel reinpacken. Für eine Hosentasche ist es mir auch zu groß. Ja, es würde wahrscheinlich in eine Handtasche passen. Aber dann brauche ich nicht eins so mit so einem Knopf oder so. Dann nehme ich lieber eins so mit einem Reißverschluss, was dann auch ein bisschen schmaler ist. Da könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das so seht. Aber das ist so meine Einstellung. Naja, ansonsten ist es aber eine ganz süße Geschichte. Doch, also kannst du es sonst auch als Reiseapotheke verwenden. Dass du, keine Ahnung, deine Obeste reinmachst, ein paar Slippeinlagen. Halt so Beauty-Zeugs, ein bisschen Lippenstift, ein bisschen Nach-Poder-Kram. Dafür kann ich das mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich das dann in die Handtasche mache. Aber jetzt nicht für meine Monetas. Nee, nee, die müssen besser geschützt werden, Leute. Und zwar lose in Stiefeln. Ja, wenn man mal wieder Party machen darf, dann wird das so laufen hier. Hier habe ich GoQ Gel, ein Hand-Desinfection-Gel. Wie viel haben wir hier drin? 30ml. Das ist halt für zwischendurch auch mal eben kurz in die Handtasche packen. Und zwischendurch mal die Hände zu desinfizieren. Finde ich ganz gut und praktisch. Das haben wir jetzt auch häufiger in diesen ganzen Boxen drin. Aber es passt halt auch einfach zur Zeit gerade, ne? Ein Frosch im Hals passt auch übrigens nicht. Das ist so toll. Das hatte ich letztens auch in einer Foodbox. Und jetzt habe ich einen zweiten davon. Und ich habe schon probiert und ich finde das so lecker. Klasse, dass das hier mit drin ist. Und zwar von Dr. Oetker. Natürlich Kokosblütenzucker. Mega geil. 200 Gramm sind hier enthalten. Und das ist einfach deutlich gesünder als dieser weiße Zuckerzucker. Zucker, den wir halt normalerweise haben. Industriezucker, nennt sich das so? Ich glaube schon. Ist natürlich auch viel, viel teurer. Aber es ist gesünder. Und es ist in der Box mit drin, für die man 25 Euro bezahlt hat. Und wofür man natürlich Produkte in einem Wagenwert bekommt, die deutlich höher sind. Also von daher feiere ich sehr Nachschub. So, das nächste Stückchen ist von M.A.SAM. Simply Perfect. Sofort perfektionierende Creme. Das sind 50ml. Wow. Okay. Das ist eine Gesichtscreme. Und M.A.SAM, ich weiß nicht, die haben zur Zeit auch wieder so einen Hype, oder? Finde ich aber nett. Also die haben wir immer mal wieder in den Boxen mit drin. Und jetzt halt auch wieder. Finde ich klasse. Simply Perfect. Die sofort perfektionierende Creme kaschiert leichte Hautunregelmäßigkeiten, verfeinert optisch die Poren, lässt die Haut insgesamt glatter erscheinen und hinterlässt ein langanhaltend ehemmäßigen Ton. Die samtig leichte Textur mit Weichzeichnereffekt ist für jeden Hauttyp und jedes Alter geeignet. Das enthaltene High-Tech-Peptid kann zusätzlich zu einer Verbesserung der Hautelastizität beitragen. Joa, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr nett an. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich was für mich wäre. Ich brauche jetzt ja nicht unbedingt was... Also, ja, brauche ich eigentlich schon so was Perfektionierendes. Aber ich brauche vor allem Feuchtigkeit. Ich brauche morgens ein Wassereimer ins Gesicht, abends ein Lasteimer ins Gesicht. Also das ist so, ne, wie ich mich theoretisch eincreme. Das heißt, das hier werde ich dann vielleicht weitergeben. Aber auf jeden Fall passend für die Box. Finde ich gut. Das ist eine Shaving Cream, eine Rasiercreme. Und ich glaube, die hatte ich letztens in der Männerbox mal drin. Das finde ich witzig, denn die hat mein Freund, glaube ich, bei sich aktuell stehen. Mit natürlichen Antioxidantien, Vitamin E, Omega 6 und Beta-Carotin. Schützt die Haut, hinterlässt kein Brennen, Rasur und Pflege in einem. Das finde ich auch ganz nett. Ich weiß gar nicht, wie viele hier drin sind. Vivo kommt aus Swiss, aus der Schweiz. 20 Millimeter. Und das ist so ein Tübchen. Ja, das wird mein Freund bei sich stehen. Das ist hinaus in lila. In lila der letzte Versuch, würde meine Mom dazu sagen. Genau. Jo. Kann man gut gebrauchen, ne? Gerade für sensible Stellen, sei es im Gesicht oder sei es bei uns Frauen auch an bestimmten anderen Stellen des Körpers, ist das auf jeden Fall eine gute Geschichte. Und hier ist schon wieder eine Fliege. Hier sind mal Fliege. Das tut mir leid. So, das hier dürfte jetzt das letzte Produkt in der Box sein. Und zwar steht hier ganz groß Goldstück drauf. Und das ist eine Karte und ein Briefumschlag. Und ich glaube, dass das einfach eine Karte und ein Briefumschlag sind, die man verwenden kann. Jo. Ist cool, ne? Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Und das kann man dann vielleicht seiner besten Freundin oder so schenken. Oder seiner Mom oder seiner Oma oder so. Und dann ist halt die Person das Goldstück. Oder mein Papa kann ich das auch schenken. Das ist ja quasi, es ist zwar so Lavendelfarben, aber fast schon blau. Ich glaube, der wird sich auch freuen. Genau. Jo. So. Das dürfte jetzt der Boxeninhalt gewesen sein. Fühle ich mich hier ein Goldstück mit dem Inhalt dieser Box? Irgendwie schon. Also ich finde schon, dass wir schöne Produkte drin hatten. Wir hatten Pflege mit drin. Wir haben Lifestyle mit drin. Und wir haben dekorative Kosmetik mit drin. Wir haben speziellere Produkte mit drin. Wir haben ein bisschen Stoff dabei. Ist schon eine ganz coole Geschichte. Irgendwie. Was war euer Kavau-Produkt? Hm. Ich würde sagen der Stern. Also der Stern ist für mich das Kavau-Produkt und der Kokosbluten-Zucker. Hallo. Heller. Ja, danke. Ich muss manchmal mit meiner Kamera reden. Das wären auf jeden Fall meine Kabam-Produkte aus der Box. Schreibt mir gerne eure Lieblingsprodukte aus dieser Box unten in die Kommentare. Dann können wir uns ja gerne mal austauschen. Und ja, wie gesagt. In diesem Video kannst du eine Box gewinnen. Und alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ich bin gespannt, was uns dann im nächsten Jahr erwartet bei der Barbara-Box. Also da steht jetzt hier kein Teaser mit bei. Das haben die ja nicht. Mal schauen. Vielleicht so ein bisschen chillaxen. Ein bisschen wieder. Komm weg von deinem Winterspeck oder so. Ich weiß es nicht. Jetzt so ein paar Ideen mal raushauen. Für die Boxen. Schreibt gerne mal so ein paar Ideen für. Was könnte die Box im Januar und Februar für uns bereithalten in die Kommentare. Liebe, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn dem so ist, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.